Tatsache Leute, ihr habt es wieder geschafft. Ihr seid wieder bei Age of Myology und danke erstmal, dass ihr eingeschaltet habt. So, jetzt haben wir mal das Eingeschleime erledigt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich mal hier wieder an, ein bisschen mehr Leute zu machen. Denn, ja, jetzt sind wir gerade noch aufgestiegen. Perfekt, Marktplatz. Wir bauen natürlich gleich mal einen Marktplatz. Alles, was die wollen von uns, bauen wir hier schnell. Du kannst mithelfen, dann geht das... Das dürften wir jetzt echt schnell hochziehen eigentlich, oder? Okay, bis die sich da alle rumgemacht haben. Ah ja, das ziehen wir doch gut hoch. Zack, zack, fertig. Next. Aufsteigen? Ah, geht nicht. Gold, ich brauche Gold. Wo ist hier Gold? Oh, scheiße. Hier gibt es kein Gold. Das ist schlecht. Vor allem, weil die auch Gold brauchen. Hallo, arbeiten und so. Beidemadr, genau das Ding will ich doch. So, wir werden mal wieder angegriffen. Das heißt, wir schicken mal eben unsere Leute hier hoch. Aber, ich meine, die können jetzt nicht wirklich was hier gegen uns anrichten. Die 1, 2, 3, was weiß ich wie viele das sind, aber nicht so derbst viele. Die fangen da schon wieder an zu heilen. Oh, den hat es aber auch schön überschlagen. So, alle außer den Bauern. Die 2 Bauern. Wie geht jetzt? Ah, Gold. Sehr schön. Ihr baut jetzt einfach mal hier so einen Wall. Das wär's nochmal, oder? So. Halt, Moment, dass der Angreifer erstmal töten, dann bauen. So sieht's doch gut ab. Das ist nur ein Akunder, ne? Der steht da blöd rum. Geh weg. Warum kann der da nicht bauen? Und fang halt da an, mein Gott. Okay. Fähre 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 Fähre. Der Turm braucht auch Gold. Das ist auch nicht so geil. So, die lassen wir jetzt einfach mal hier so als Safe-Platz stehen. Weil ich brauch Gold, Leute. Der Wolf nervt mich ehrlich gesagt gerade. Laber, der ist gar nicht so schlecht. So. Guter Zwerg, du bist der Erste. Mach mal schön hier Gold, ne? Ist klar. Gold ist gut. So, wir brauchen vor allem viel Gold. Da hinten ist auch Gold. Hätte mir auch einer sagen können, oder? Ist das Viech weg? Ist das Viech weg? Ja. Oder? Hat es noch Fleisch? Ja, hat noch ein bisschen Fleisch. Ja. Aber wir schicken euch jetzt einfach mal hier hin. Und weil wir so Verschwender sind, schicken wir auch noch einen so einen Karren dahin, damit ihr nicht immer so weit laufen müsst. Mann, sind wir heute freundlich. Okay. Da hinten müssen wir hin. Eigentlich sieht es doch relativ easy aus, oder? Eigentlich. Und deswegen glaube ich es auch nicht, dass das so leicht ist. Aber egal. Wir erkunden jetzt erstmal hier. Kann man nicht eben so erkunden oder sowas machen? Was macht denn der? Boah. Das ist aber mal böse hier. Das ist aber mal echt sauböse. Brauche ich es halt neu, mein Gott. Blöder Heini, ey. Das war jetzt echt hier. Das war, boah. Eiskalt und so. Wie, wo kommen die jetzt denn her? Lasst meinen Zwerg in Ruhe. Ohne Scheiß, der ist voll wertvoll. Hallo, alle auf den Typen hier. Mach den Typ tot. Zwerge, hallo? Die können doch nicht einfach auf meinen Zwerg gehen. Das ist mal mega mies. So, von wo kommen die denn hier? Von hier einfach. Weißt du was? Dann brauchen wir nochmal einen Ball. Zack, zack, zack. So sieht es aus. Und dann dürften wir doch eigentlich mal ein bisschen sicher sein, oder? Eigentlich. So, ihr. Gold, Hacken. Zwerg, zwerg. Ach Gott, es gehen echt immer nur so wenig Zwerge, aber egal. Besser ein paar Zwerge als gar kein Zwerg. Tilbo. Ja, hallo. Ich will das Ding mal geben. Dankeschön. Zack. Steinwall können wir immer noch nicht draus machen. So, ihr geht jetzt einfach mal wieder hier hin. Das Ding geht jetzt mal ganz, ganz gechillt da hin. Du baust das auch noch hier auf. Genau wie du. So. Jetzt sieht es doch schon noch was aus hier langsam. Langsam, aber sicher. Macht sich doch die Wirtschaft wenigstens. Ja, was ist denn? Ah, nee. Wir machen lieber erst noch zwei Zwerge. Hallo, du solltest da hin, doofes Karrenviech. Tilbo. Ich bin. So, passt circa. Gut. Jetzt wollten wir noch was erkunden. Ach Gottchen, man hat immer so viel vor. Und der Schnee geht hier irgendwie im schwarzen Dingsterbumster unter. Im schwarzen Nichts oder was auch immer. Was ist denn das eigentlich? Die zwei kriegt er noch locker fertig hier, oder? Ah, kein Problem. So muss das sein. Komm schon, jetzt noch. Headshot, noch ein schöner Headshot. Und, ah, nee, aber jetzt halt, jetzt halt. Nein, jetzt halt, aber letzte. Zack, weg. So, perfekt. Mal müssen die Kati hier erkunden. Mach einfach den Typ tot. Hallo, jetzt muss er aber auch treffen. So, also der böse Karrenzis hat Welle errichtet. Ihr seid zu lahm für das Pferd, insofern lasst ihr das mal. Du machst hier weiter Bäume. Geht ja mal gar nicht, nicht arbeiten und so. So, der macht hier den Wald kaputt. Das geht auch mega schnell, aber egal. Ich nehme jetzt einfach mal ein paar Pferde hier. Und reiht mal hier rein. Mal gucken, was da so auf uns wartet. Warum zur Hölle reiten die jetzt da rum? Ah, weil hier keine... Ah, okay, gar nicht mal so unentschließend. Okay, Rückzug, Leute, Rückzug, Rückzug, Rückzug. Und jetzt werde ich auch noch hier angegriffen. Also hier ist noch so ein hässliches, so ein hässliches Ding. Aber egal, die reiten jetzt einfach da rum. Und kommen dann wieder hierher. So, hier kommt jetzt mal schön hier hin. Leute, Attacke. So, sehr schön, sehr schön. Jetzt dürfen wir doch auch gleich irgendwo... Ah, das war jetzt die perfekte Runde hier. Also da haben die so ein Stadtzentrum. Das werden wir gleich mal erledigen. Das dürfte uns nicht so große Probleme machen. Da kommt noch einer. Wir bauen hier einfach mal eine schöne Festung hin. Da können auch ruhig ein paar Leute noch helfen. So, so sieht das doch schon gut aus. Dann machen wir mal einen Steinwall. Und machen noch ein paar Zwergis, die dann hier noch mal schön was machen. Denn so langsam sind wir auch selbst in Gold etwas... Naja, flüssig kann man es noch nicht nennen. Aber wir haben ein bisschen besser dran. Können wir nicht mal wieder aufsteigen? Ah, Gold. Da fehlt es wieder an Gold. Nun gut. So, wir brauchen jetzt die Typen. Ja, wir brauchen jetzt die Typen. Oh, oh, oh. Die kosten aber auch ziemlich gut. Aber egal. Was soll's, was soll's. Gold kriegen wir ja demnächst auch wieder rein. Tell Buen. Mach schneller. 90. 95. Und, 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 und. Und, 100. Bing, bing, bing. Sehr schön. Gleich mal das nächste auch noch hoch machen. So, das sind schon die ersten. Was brauchen die denn so? Die brauchen Weiterentwicklung des Dinges hier. Odin. Ja, nee, das bringt ja nicht. Ist das eine Belagerung des Dinges hier. Ist das eine Belagerungswaffe? Ja, steht schön ganz weit oben. Das heißt, das machen wir auch noch. Das dafür brauchen wir aber wieder Gold, Leute. Leute. Das machen wir ja nicht die ganze Zeit. Ja. Ja. Genau. Hallo. Ich hätte gern ein bisschen Gold und so. Ach, haben wir schon. Jetzt hab ich gepennt kurz. Ey, naja, egal. So. Okay, ich würd mal sagen. Ein paar haben wir. Ihr seid jetzt mal einfach meine zwei, nicht meine drei. Und ihr, alle ohne die, ohne die, zack, seid meine eins. Haben wir noch ein paar Männer hier. Es geht jetzt mal alle hier hin. Das ist doch schön. Noch zwischendurch ein Zwerg. Geht hier schön durch. So. Schön, 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 schön. Da fällt mir auf, wir haben, wir haben, wartet mal, wartet mal. Haben wir irgendwo ein Tempel hier? Wir bräuchten mal ein Tempel. Tempel, Tempel, Tempel. Tempel, Tempel, darum kümmert dich jetzt. Du. Herzlichen Glückwunsch, du darfst ein Tempel bauen. So, das sieht doch chillig aus. Ist ja echt gar nichts, außer so ein Stadtzentrum. Das dürfte jetzt nicht zu große Probleme machen. Nö, tut's nicht. Alles ganz easy. Da ist noch ein Turm. Ein Turm. Geht hier aber gar nicht. So, erstmal die paar Typen fertig machen. Dann geht die schon mal für den Turm hier. Boah, die Abends Zwerge haben doch eigentlich nichts getan, aber egal, die müssen halt trotzdem leider weg. Das sehe ich schon ein, dass das sein muss. Als wären wir da noch angegriffen. Ah, ist ja auch nett. War ja irgendwie klar, aber egal. Was braucht es mich? Oh, ich hab Raben. Hammer, Hammer. Aber was, das packt doch die Festung. Und Leute, ihr könntet auch mal helfen hier, oder? Aber erst macht ihr den Essigen Reiter hier fertig. Der nervt mich nämlich richtig. So, sehr schön. So, das schafft das Ding auch noch selber. So. Kann man da nicht irgendwie sagen, dass die einfach erkunden sollen, oder so? Mensch. In Wedge. U.I.N. So, aber wir haben doch jetzt langsam, langsam, aber sicher eine schöne kleine Armee. Wobei, kann man das jetzt schon Armeen nennen? Telefon. Na, will ich jetzt auch noch nicht sagen. Aber immerhin schon mal ein paar Leute. Und wir können aufsteigen. Und jetzt nehmen wir natürlich den Feuerriesen. Muss natürlich sein. Oh, 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 oh. Der arme Rabe wird aber hart beschossen, aber die verfehlen alle, die Deppen. Das ist natürlich ein bisschen bitter. Okay, der lebt nicht mehr lang. Nein, er ist weg. Also gut. Ähm, jetzt wissen wir wenigstens, wie es ein bisschen hier aussieht. Aber das sieht doch nicht machbar aus, finde ich. Repariert mal diese nette Festung. So, dann machen wir noch ein paar von denen. Dann können wir auch nochmal hier die zwei machen. So, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Geht doch echt langsam hier schön hoch. So, dann machen wir noch zwei von... Ach, du Scheiße, jetzt fehlt es unserer Nahrung, oder was? Ich habe so viele im Nahrungsdingster-Boomster-Zweig. Das kann doch nicht sein, dass es mir jetzt an Nahrung fehlt. Sag mal, diese Reiter, die nerven mich so richtig. Aber egal. Ist da was? Wir rücken mal mit denen hier ein bisschen weiter vor. Ich denke mal, bis hier kommen wir locker ohne Probleme. Oder sind hier schon wieder Leute? Ja, das sind Leute. Aber der hat nicht sehr lange gelebt. Und das Ding wird auch nicht sehr lange leben. Sehr schön. Das ist doch gut, das ist sehr schön. So, jetzt nehmen wir einfach noch hier die Mauer. Aber natürlich ist dahinter eine Festung. Aber egal, was stört es uns. Die drei Typen sollten nur da irgendwie rankommen. So, der dürfte jetzt relativ bald sterben. Ja, liebe Uhr, ich habe es gehört. Ich habe nur gerade ein bisschen andere Sorgen hier. So, macht das Ding kaputt und dann macht das Ding hier so. Direkt kaputt, direkt kaputt alles. Alles muss kaputt sein. So sieht es aus. Sehr schön. Und jetzt geht er noch schön auf diese Wand hier zu. Macht die auch noch schön kaputt. Oh, toll. Jetzt genau in dem Moment, oder was? Wollen die mich eigentlich verarschen? Egal, immer noch kein Problem. Macht den Typ fertig. Und jetzt den Typen. Okay. So, ich zerstelle noch eben den Tempel hier. Und dann würde ich aber sagen, und die ganzen Typen hier natürlich noch. Das muss sein. Die paar Typen, das ist echt ein bisschen übertrieben hier. Aber wir sind auch schon relativ nah gekommen hier. Was geht denn ab? Scheiße, das wird nicht klappen, aber das sehen wir im nächsten Mal. Dank fürs Zuschauen, hofft euch gefallen. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.